Jetzt zum Jahreswechsel könnte sich bei uns in Deutschland eine Sturmserie anbahnen. Und das liegt an dem Extremwetter derzeit über Nordamerika. Zu Weihnachten extreme Kälte, wahnsinnige Schneemengen-Gebietsweise. Und dazu Sturm durch das Polartief, das sich hier über den Vereinigten Staaten von Amerika befindet. Und diese Kaltluft schießt hier raus auf den nordatlantischen Ozean, trifft hier auf subtropische Warmluft. Wo diese beiden sehr unterschiedlich temperierten Luftmassen aufeinandertreffen, ist die Geburtsstätte von zahlreichen Tiefs, die kraftvoll auch über uns hinwegziehen können, wenn die den Atlantik überquert haben. Übrigens, die Kaltluft, wenn die hier rausmarschiert auf den atlantischen Ozean, trifft die hier auf das ganz warme Wasser. Und dementsprechend erwärmt sich die extrem kalte Luft flott. Und so kommt diese bei uns als Warmluft an. Der atlantische Ozean ist die Zentralheizung Europas. Und diese funktioniert prima, wenn eben der Wind aus West- oder Südwest zu uns strömt. Genau, es passiert jetzt die nächste Zeit. Dementsprechend auch am ersten Weihnachtsfeiertag mildes Wetter. Zeitweise verregnet das Wetter. Außer in den Chiemgauer Alpen ist es am längsten trocken im Nordwesten. Schauer, die durchziehen. Sehr wechselhaftes Geschehen. Aber am Dienstag wird es dann vorübergehend ein bisschen kühler. Dann gibt es nur noch ganz vereinzelt Graupelschauer. Eventuell auf den Bergen mal drei Schneeflocken. Aber viel wird da nicht passieren. Mittwoch kommen schon von Nordwesten die nächsten dichten Wolken heran. Die bringen dann zeitweise Regen. Und dann kommt eben stürmisches Wetter in die Gänge. Vor allem am Donnerstag an der Nordsee und auf den Bergen drohen möglicherweise sogar schwere Sturmböen. Und das ist noch nicht das Ende des Sturms. Ein Sturmtief nach dem anderen könnte sich in der Folge bei uns etablieren. Weiterhin eine sehr milde Südwestströmung. Und dementsprechend wird es hochtemperiert bleiben. Acht bis 16 Grad die Höchsttemperaturen am Freitag. Am Silvestertag wird es unbeständig sein. So ganz klar ist es noch nicht wie die Regengebiete ziehen. Aber das Potenzial für Sturm ist relativ groß. Speziell auf den Bergen und an der Nordsee kann der Wind ordentlich pfeifen. Und das Potenzial für große Windgeschwindigkeiten besteht dann auch am Neujahrstag mit bis zu 17 Grad im Südwesten.